Könnt ihr jemand hingehen und kaputt machen? Also wirklich, so unverantwortlich Dieses Imperialen heutzutage Hat auch nicht mehr gedacht, was sie mal werden Äh, schau mal Ein Kampfdroide Mit einer Ion-Zelle, okay Wow Okay Dann brech den Schuss ab, dann Kriegst du das ins Gesicht Okay Achja, mitnehmen Was Interessantes, der muss doch was bewacht haben Anscheinend nicht Nö Na gut Dann geht's wieder zurück Ob die anderen zwei Kisten wieder da sind Die Kisten ist wieder da, sehr gut Ja, ich gehe nochmal hoch Es gibt da hinten auf der anderen Seite Wahrscheinlich auch nochmal zwei Kisten, die ich übersehen habe Weil ich so blöd bin Ich bin hier auf, bin hier explodiert Mano Nein, verschwinde Ey Achso, Hilara Wieso kann ich die mit vollem Leben abbekommen? Das wäre cool Plöp Hilara, mitnehmen Geh schon mal weiter Die Leiche liegt hier immer noch rum Ich mache jetzt mal den Bonus fertig, bevor ich mit NATO spreche Das wird helfen Bumm Boom Wow Da flog was Ernsthaft? Hier gehen voll viele Ruinen rum Das sehe ich gerade mal so Aber ich räume mir auf Zumindest meine Deaktiviere irgendwelche Energiekupplungen Ich vermute, dass die oben sind Wir holen das sicher Hydroider Das sind wir nachher Ja Na ne, das ist doch wirklich Cool Neh, mich das auch mal direkt Dein Ernst, Druide? Hat der auch nichts gebracht Das ist jetzt mein Ja Agroidius, sehr gut So, beim Oranischen Konzern Haben wir hier oben Ein Wissensobjekt Bewacht von diesem hässlichen Druiden Naja, so halb Würde er erst richtig bewachen Wird das nicht funktionieren So Energiekupplungen, ne? Wo finde ich die denn? Das ist mir interessant zu wissen Und Elera Du kannst den Schrock nicht hier so liegen lassen Nimm mit Südöstlich Südwestlich Nordwestlich Mhm Ah Okay, das macht Sinn Äh, Feuer Erzhaft Der schon wieder Soll ich mal mit Stellung halten Soll der Kerl machen, was er will Krieg der erstmal die volle Roter Ohne Unterbrechung Und jetzt geh ich sowieso hin Und klatsche ihn aus dem Weg Matsch Oh, was haben wir hier? Leicht Schieß doch Ernsthaft? So, die Jungs Kann man Geschickt umgehen Wenn man einfach hier oben lang kann Ob das jetzt geschickt ist oder nicht Man kann sie umgehen So Hopp 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 Wo ist der Kerl, mit dem ich sprechen muss? Äh Okay Mein erster Bonus fertig Danke Okay Einmal nach oben, bitte Geht doch So Und das war bitte auch schneller, bitte Das wird nett Da steht einer Wieso steht hier nur einer? Egal Ah Ah Da war eine Gruppe Aha Jetzt macht das Ganze auch Sinn Die werden zwar trotzdem sterben Aber gut Den da hinten, der kriegt erstmal Ah Da kam ich halt so aus der Schosse rein Sollte ihn umhauen Ähm Muss ich die auch noch umreißen? Ja Star Wars, bitte Kick Umreißen Effektivschuss Kick Schlag Fast dasselbe Hi Alles klar bei euch Find ich gut Klöp Ich wollte auch den richtigen Angriffen Denen der Lehrer nicht stunnt Wow Der ist nicht wert Haha Ich hab ich gesehen Dahinter hat er sich versteckt Diese Sound Kick mich mal durch Halt Tschüss Jetzt geil, wenn der Aufzug da wäre, aber Okay, das wird nichts Hi Dann halt auf die altmodische Art und Weise Erstmal voller Traumatik in Sicht Das Weg gehen Wobei das noch nicht mal nötig sei Das habe ich mir so lange schon angewöhnt, aus Wolz rauszurecken Das ist irgendwie sinnvoller Man lebt länger Sonder Hopp So Wow Dieser Schaden Das Ding wird langsamer Warum? Schneller werden Kann nicht Ui Imperial Gehen wir vorbei Ah, hier wäre auch noch so ein Container gewesen Sehr schön Wow Das kann ich kaputt machen Sehr gut Schieß rein Tschüss 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 Ah, halt die Fresse, Lara Aha Okay, da unten muss ich hin Da muss ich erst auf Rückweg umnieten Ah, der Ruine muss sterben Hi Perfekt Lera hat's gestand Ah, die Kupplung aus So Ruinen auch platt Mitnehmen bitte Kann die angehen hier Hi Ich will jetzt irgendwie kicken Danke Zwei Leichen Nein Der eine lebt noch Im Ernst Du lebst da noch? Wo denn? Wo lebt denn der noch? Ah, da, da, da ganz unten, da irgendwo Dead Buggy Gehen wir weiter Bei Lera schießt Ja, Lera schießt ihn ab Okay Das wird dauern Äh Dann fangen wir in Spezi Stellung halten rein Zieh doch Zieh doch Bringt nix Bringt nix So Kleck, dass er ja mal reingangt Oh, wurscht Lera will ja nicht helfen Dann gibt's halt auch's mal hier So Schau das Oma aus Äh Okay Lera hat's fertig Das erklärt alles Da hatte ich grad'n Fetten Serverleck Wow Okay Versuch niemals ein Druid Mit seinen eigenen Waffen zu schlagen Das funktioniert hier nicht Gut zu wissen Ähm Geht auch wenn ich nicht Das ist kein damage Das war ein Fail Das war sowas von der Mega Fail Aber das war lustig So, gehen wir rein Hi Jungs Tschüss Jungs Hi Jungs Tschüss Jungs Ich bin Soldat Ich steh hier nur Oh, wenigstens ist das Timing besser Wir sehen uns gleich Oder auch nicht Willst du echt noch sterben Okay Ich bin dann mal weg Lera, komm mir vielleicht her Oh Kommt ihr? Schieß in die Luft Okay Lassen sie weg Äh, Ausgang, Ausgang, Ausgang Da Willa Da Und weg ist So, die habe ich ausgelockt Hier unten sind auch Irrelevant Der lebt noch Fangen wir an Komm ich aber noch nicht dran vorbei Dann machen wir es richtig So, weg mit dir Der ist auch schlochtot Finde ich spitze Du Droide, ne Weißt du was Greif für den Feind So Der kickt auch nicht mehr Jetzt hier hoch Ich meine es gibt gleich eine Elite zu verprügeln Ich bin mir aber nicht ganz sicher Äh Ist jetzt nicht Teil 3 fertig Teil 4 wahrscheinlich hier oben Macht irgendwas kaputt Jawohl Und weg So, da oben ist der jetzt irgendwas starkes Ja, war sehr starkes Jawohl Ein Aufseher Stellung halten an Und go Nicht, dass der nur rumkickt Oder rumschießt Das wäre doof Naja, mach du mal Ich kann mich heilen Ich kann alles In Kommand Ah, es heilen Bräune und ich, Mann Klöpp Boah, freu ich mich auf mein Abrissgeschoss Und ich kann mich lösen Schrauben Ausgadic Schrauben Schrauben Ich bin